Herzlich Willkommen zurück, Leute! Handshowdown mit Kapuze! Hallo Boys! Wir sind mittlerweile Level 22 und 25 und wir wollen nicht sterben! Weil wir kommen bald an die Scharfschützengewehre dran! Richtig! Wir wollen ne guten Shit haben! Wir wollen mal die guten Sachen spielen! Hast du bei deiner Waffe immer... Es ist immer eine Kugel leer! Bei dir auch? Ja! Ok! Wieder Tag! Weil ich seh am Abend nix, am Tag gehts! Aber ich bin richtig ready! Dynamit am Start! Dynamit am Start! Dynamit am Start und Halfpack und alles! Rotpunkt Visier, alles! Ich will nicht jetzt schon weggesnipet werden! Nee, nee, überhaupt nicht! Das ist in der Scheune drin! Oh, also... Weißt du, da hab ich schon gar nicht geschaut? Ok, ja gut! Es sieht... Rechtsum ist ne... Ja! Mücken-Olle! Ja! Das Ding ist nicht letztens aufs Fenster gewespt! Brecher! Raus! 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 Also... Escape? Oder wie? Na, das Problem ist, den Brecher... Ich werd jetzt mal die Mücken-Olle irgendwie weg snipen kurz! Hör ich auch! Ok, hab sie! So... Ich glaub ich hab noch... Ja, ich hör noch Schuss! Das bin nicht ich! Ja, ja! Das waren schon 20! Oder wie, 22? Bist du grad in der... Bist du grad auf Holz? Nein! Nein, nein, nein! Ich bin unten drin! Boah, jetzt wird's Risky-Business! Ich bin unten... Ich bin unter dir! Ich geh noch mal reingucken! Ja! Deck von außen! Ich schieß auf den Brecher! Ja! Tag, wenn die Luft rein ist! Okay, kannst rein! Okay! Boah, also... Schussmäßig kannst du auf den Brecher nicht schießen, ey! Das dauert echt ewig! Wo bist du? Äh... Am... Hinweis oben! Oben drin bin ich noch! Okay! Okay, okay! Du schreit, oder? Ja, das ist wieder so eine Mücken-Alte! Ja, okay, okay! LOL! Guck mal! Du bist ein Generator! Guck mal hier! Was ist hier? Ich mach Mucke an, glaub ich! Oh! Oh! Ja, was schön! Grammophon! Das ist gruselig! Boah, das ist aber creepy! Stell' das mal nachts vor! Das ist creepy, man! Da-da-da-da-da-da! Ja, die schreit aber auch! Boah, wie die schreit! Das macht mir... Das macht mir... Oh Gott, die ist da um Sektal! Schau nicht raus! Die... Die... Die macht dich durch! Die... 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 Ich seh auch! Okay! Du weißt! Da war ich nicht mit 2020! Die Atmo ist so richtig hillbilly-horrormäßig jetzt gerade! Die Musik... So ne Scheune irgendwo schreit einer! Dann hast du diese schöne Musik im Hintergrund! Weiß... Richtig abgefuckt! Warte, warte! Weißt du das? Ja, der Schuss ist 240! Ja! Okay, ich hab hier unten geguckt... Du kannst doch die Lampe machen! Jetzt sieht man sich so gut aus! Ja, ich hab geguckt, ob unten Munition ist! Weil ich hab jetzt schon gut was losgeballert, leider! Ähm, unter der Treppe draußen war was! Wo du raufgegangen bist! Darunter war was! Da auch, war's nicht! Aber... Du... Wenn du willst draußen! Wo wir reinkommen sind! Unter der Treppe! Ja, kann ich hier auch raus! Ne! Hier könnten wir aber entsperren! Ja, ja! Ja! Du weißt... Du weißt, da war ja! Ja! Lauf dir mal nach! So! Unter der Treppe war jetzt was! Hi, Mick! War das sogar die Richtige? Ja! Okay, okay! Ja! Neuer Hinweis! In Richtung der Schüssel! Neuer Hinweis! Ein Hinweis! Ja, stimmt! 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 Aufpassen! Bräger! Bräger, sagst du? Hast du ne Nahkampfwaffe? Ne, ne, ne! Also, warte mal! Hier, wenn du hier über den Zaun... Doch, ich hab'n Messer! Ich hab'n Messer! Ich weiß nie, ob das reicht! Ich mein, es ist besser als nix, ne? Ja, aber ich weiß nie, ob er dich dann trotzdem verprügelt, weil er sich denkt, Messer schmesser! Denkt er sich dann! Messer schmesser schmesser schmesser! Wir können's ja probieren, ne? Also, erst mal da einen Riedi schön abbekommen! Jawohl, Boy! Gehen wir ja auch noch! Oh, du hast mich erwischt! Hab' ich dich? Hab' ich dich? Aber viel? Ich blute! Oh, sorry! Messer macht Blutungsschaden, sehr interessant! Oh, sorry! Ja, das ist gut, das ist gut! Das wollte ich nicht! Hm, ich heil mich das! Das heil ich gleich wieder! Ähm, trotzdem ganz geil! Wenn du einen einmal mit nem Messer wohl triffst, dann hat er halt Blutungsschaden! Das heißt, er kann sich nicht auf nen langen Kampf einlassen! Weil je länger er blutest, desto mehr Leben wird ihm ja gedraint! Absolut! Dann musst du halt gucken, dass du dich irgendwie wieder versteckst! Aber ich frage gerade, ist Schaden, ist Schaden gut? Also, ist Team Deathmatch, ist das in dem Spiel gut? Weißt du, das frage ich mich gerade! Gerade in so nem Nahkampf, denke ich schon nervig, wenn ich hier's getroffen habe, ne? Hier liegen Tote Zombies, ich weiß nicht, ob... Weißt du, was ich meine? Dekos oder... Genau! Hallo! Alter, man kann so diese... Klappe da aufmachen, das ist mega krass eigentlich! Bist du drin jetzt? Nein, nein, nein! Ich bin nicht reingegangen! Hier liegt auch noch ein Zoo, da Zombie Jones! Höre ich Steps? Hallo, ich höre da Steps! Ich bleib jetzt stehen! Aber das kann ein Zombie sein! Komm zu mir! Nein, Steps! Im Haus? Ja, aber es könnten ein Zombie sein auch! Das sind auf jeden Fall Steps! Da draußen schlei... Das ist ein Zombie! Oh! Was ist das? Da kommst du durch den Wald! Kapuze komm zu mir! Wo bist du? Wo bist du? WTF? Ich hab... Hier vor mir hat der Busch grad geraschelt! So 120! Als wenn dann... Oh wow! Als würde er durchkommen oder wie? Ja! Echte! Aber was war denn das jetzt? Wir gehen weiter! Was ist das da hinten? 270! Kapuze! Oh, da! Ich komm hier nicht weiter! Hier lang! Gehen wir da jetzt nicht ran? Nein, wir gehen... Nein, wir müssen... Waren das Zombies? Waren das ein Zombie da drin jetzt gerade? Wenn wir hier... Da kann man doch... Das ist ein geiler Spot! Komm zu mir! Hier ist erstmal ganz geil! So weißt du? So ein bisschen abseits im Wald! Ja! Da haben wir hier viele Zecken! Was ist das? Schau mal da unten wie viele Leichen im Wasser liegen! Liegt da nicht sogar ein Spieler bei? Ich sehe nicht mal leicht! Äh... 255! Die könnten alle noch leben! Die könnten gleich aufstehen! Ah da! So close! Der Butcher wird gebanished! Okay! Jetzt schon! Jaja, ist aber nicht schlimm! Okay, wir müssen da aber hin! Okay, mir nach Kapuze! Bin die gekillt? Jetzt schon! Wir werden wahrscheinlich nicht die einzigen sein, die gerade laufen, ne? Das ist richtig! Aber wir müssen, ne? Be careful, my boy! Es gibt auch ja noch die Möglichkeit auf einen Passiv-Win! Im Sinne von... Einfach, einfach zu escape! Genau! Du kannst trotzdem am Ende noch abhauen, ne? Du kannst so die Sachen behalten, hast du gesagt! Oh, Hunde! Über den Zaun wieder! Ah, okay! Du bist dann zwar nicht der, der Sieger, ja? Ja, ja! Aber du hast zumindest nichts verloren! Was auch okay ist, ne? Ist besser, als manchmal einfach blind in den Kampf zu stürzen! Der Ausgang ist direkt neben dem Bad... Tschüss! Auf dich? Das war hinter uns, das war hinter uns, das war hinter uns aber! Hat der aber... Okay, okay! Aber es war hinter uns! Also, von wo wir kamen! Ja! Aber wir müssen halt wenigstens schon mal in die Richtung, weil der Ausgang ist direkt neben dem Badger! Oh, okay! Wollen wir das jetzt machen, was wir immer verpöden, ja? Beim Ausgang campen? Weißt du was ich meine? Wollen wir campen einfach? Das ist der falsche! Es gibt noch einen! Es gibt noch einen besseren Ausgang! Also, okay! Das sind zwei Ausgänge nebeneinander! Okay, okay! Ich meine, das Ding ist... Ist es... Ist es sportlich? Nein! Das Problem ist, was ist, wenn die sich entscheiden, den anderen zu nehmen? Natürlich! Aber... Gibt es nicht irgendwie so eine Route, wo sich einfach beides kreuzt, wo man sagen kann, okay, wir sehen sie, wenn sie... Dann ist es vielleicht zu spät, weißt du? Dann lass um den Badger campen und warten, bis sie weglaufen und dann... Wir gucken uns den einen Aus... Ich würde mir den einen Ausgang mal angucken, vielleicht ist der ja ganz gut, weißt du? Zum Becampen! Ich habe Angst, dass hinter mir wer kommt, weil ich habe so ein Gefühl... Aber wenn du die ganze Zeit rennst, muss er das auch die ganze Zeit tun, er kann dich ja nicht einholen! Ja, er kann einfach stehen bleiben und dann schießen und hoffen, dass er mich dreht! Ähm, Samina ist schon am... Am Limit, glaube ich, oder? Bestigerweise verbrauche ich gar keins, oder? Ich sehe es nicht! Er atmet halt schwer, weißt du, dass... Das war gerade wieder links! Hier ist der andere Ausgang! Was ich an dem Spiel so mag, sind die Waffen! Ja! So, das hat halt Stil, finde ich schon, ne? Das hier ist der nächste Ausgang! Ja, okay, okay! Also, ist der neben Badger? Ja! Okay! Okay! Zombies! Ich musste sie erschießen, zwar die Mücken-Olle! Ah, schade! Hat sie dich gesehen? Komm, hier hoch! Ja, hat sie! Alter! Ich sag's dir! Set's the place to be, Kapuze! Bist du da raufkommen? Ich bin einfach reingesprungen! Ja! Okay, okay! Oh, wow! Jawoll! Okay, okay! Lampe aus! Toll! Da vorne sind die Finger! Ja, ja, genau! Wow! Wow! Also, das ist doch dein Scheiß-Campus-Wonderkling! Haha! Jetzt süpfen wir zurück! Keine Ahnung! Es darf halt nur... Wenn wir gesehen werden, kassieren wir halt irgendwo einen Headshot, ne? Ja, ja! Ich glaube nicht, dass der von ihm... Ich hör doch welche! Da kenn... Da wird einer von Mücken angegriffen beim Badger! Warte, warte! Bounties on the move! Wir können jetzt die Darkseid anmachen, dann würden wir das, glaube ich, sehen! Das müsste das Gewitter sein! Ja, eh! Aber wo... Ah, da hinten! Echt? Du siehst das? Ich seh das Gewitter zumindest! Okay! Ja, der Badger ist ja direkt hier neben gestorben! Vielleicht kommen die jetzt! Mach dich bereit! Leise! Da kommen sie! Ich hör sie! Da hinten, ich seh sie! 2,25! Ja! Lass sie, 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 lass sie hin! Noch nicht, noch nicht! Dynamit! Schießen! Ja! Einer ist down! Ich hab zwei, zwei gute Hits! Wir pushen den anderen schnell! Nicht extracten, wir haben nix! Ne, ne! Einer liegt hier! Zombie! Und wo ist der andere? Keine Ahnung! Ich such ihn! Er ist schon nicht nach hinten weggelaufen! Moment! Haben wir die Bounties? Ich weiß nicht! Ne, ne, ne! Wenn dann nicht! Wir müssen ja... Warum können wir denn jetzt schon extracten? Das würde doch gar keinen Sinn machen! Ne doch! Du kannst ja alleine fliehen! Das haben wir ja gesagt! Dann Richtung Gewitter? Meinst du, das waren auch welche, die nur abfangen wollten? Achso! Ne, hier liegen beide! Guck hier! Hier ist einer und das! Wir haben beide eingekillt jeweils! Es sind zwei Leichen hier! Hier im Wald! Hier in diesem Busch! Supergut! Ich hab einen gekillt! Ganz sicher! Meinst du, wir haben automatisch das Bounty bekommen? Nein! Da wird doch noch geschossen! Wo? Ja, ich hab nen Zombie erschossen! Ja, wollen wir mal zu den Blitzdingern gehen und gucken, ob das dann noch Spieler sind? Wollen wir es riskieren? Ja, mach mal! Ja, mach mal! Weil die beiden haben... Siehst du mich nicht? Okay! Alter, wir beide haben die richtig weggesnackt! Wir haben die richtig gesnackt! Warum wollten die fliehen? Ist doch nix passiert! Vielleicht wollten die auch campen! Ja gut, das haben sie jetzt! Nicht die Lungen! Scheiße! Weil ich weiß nicht, ob das Symbol oben links, weil wir diese beiden Striche da haben, ob das heißt, dass wir das haben... Aber die waren doch immer blau bei uns! Jetzt sind die rot! Weißt du, was ich mein? Ja! Ja, okay! Mach die nicht so bemerksam! Ja, ja! Ich muss einen Muni sparen! Wir müssen jetzt dem Blitz folgen! Ja doch! Die rennt zu der anderen! Wo? Ah ja! Ja, da hinten laufen sie! Die haben das Bounty! Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh! Wir müssen an denen vorbei! Nicht campen! Ja, ja! Nicht die Zombies! Die werden escapen, bevor wir da sind, glaube ich! Wir brauchen einen Cleanschuss! In den Wald! Hallo, wenn du sie siehst! Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh! Und jetzt ist das Bounty! Ein Spieler oder ein Spieler? All Spieler! Jetzt kamen beide! Okay! Ah, schade! Komm, wir hauen auch ab! Ja, ja! Okay! Verdammt! Ah, wir haben die falschen ges... Aber wir haben sie gesnackt! Dann haben wir das zu... Dann haben wir das aber auch mal gesehen! Okay! Und es ist... Rot heißt es on the move! Blau heißt, wir haben's! Und Grau heißt, wir sind raus! Ah, diese Schweine! Das waren die falschen, die wir hatten! Na gut, aber das ist das Risiko! Du hast sogar noch vorher gesagt, vielleicht nehmen sie aber... Genau! Vielleicht gehen sie einfach extra den, der weiter weg ist! Aber es ist... Ich finde es ist okay, dass wir auch das mal gesehen haben! So, es ist nicht... Was soll sie machen? Beim dritten Mal ist es vielleicht... Aber ich finde es cool, dass wir es zumindest einmal gesehen haben! Es hat mir echt Spaß gemacht! Die wollten sich auch in so einem Busch verstecken, aber wir waren zuerst da! Du hast ja gesagt, du hast den ein-, zweimal geschossen! Ich hab den dreimal, zweimal gehissen! Das war's ja! Du hast ihn damit gekillt! Ja, ja! Und den einen habe ich wieder mit dem Dynamite gesprengt! Richtig! Du Sprengmeister, du! Wir haben ein schönes Spiel! Wir müssen hier überlebt haben! Das ist ja erstmal das Wichtigste! Also wir kriegen jetzt wahrscheinlich... Genau! Richtig! Das Bounty, da kriegt man nur viel Geld! Aber die Experience und alles andere ist ja auch cool! Du gehst dir immer ein Risiko ein, wenn du reingehst! Genau! Wir wollen ja vom Level her weiterkommen! Also Hauptsache wir haben überlebt! Wir haben zwei Spieler gekillt! Hunterskill 2! Genau! Ich bin jetzt 27 mit denen! Du? 25! Ich fäng 24,5! Aber okay! Okay! Wir sind noch im Rennen Leute! Wir schalten neue Waffen frei! Wir schauen, was vom nächsten Mal abgeht! Bis dahin! Macht's gut! Ciao!!! Ciao! Tja! Wie? Na, zuvf! Tja! 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 Tja!!!